Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, welche unterschiedlichen Möglichkeiten du hast, dich einem mittelalterlichen Text anzunähern? Dann bist du hier richtig! In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, wie du mittelalterliche Überlieferung und moderne Aufbereitung eines Textes eigenständig nachvollziehen kannst. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, den berühmten Parzival-Roman von Wolfram von Eschenbach. Daran lassen sich nämlich die Gestalten eines mittelalterlichen Textes besonders gut demonstrieren. Der Parzival ist in über 80 mittelalterlichen Handschriften und in einigen Drucken überliefert. Allerdings sind nur 16 dieser Handschriften vollständig. Alle anderen Textzeugen sind Fragmente. Drei dieser Fragmente befinden sich direkt hier in Göttingen, in der alten Universitätsbibliothek. Diese sind noch nicht digitalisiert, aber du kannst sie dir im historischen Gebäude der SUP in der Innenstadt anschauen gehen. Zwei Fragmente stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert. Noch älter ist das Göttinger Fragment vom Ende des 13. Jahrhunderts. Die Fragmente in der alten SUP bestehen alle nur aus wenigen Pergamentblättern. Aber diese Originale können dir hier in Göttingen schon einen guten Eindruck davon vermitteln, wie der Parzival überliefert ist. Wenn du wissen möchtest, wie eine komplette mittelalterliche Parzival-Handschrift aussieht, ist das problemlos online möglich. In digitalisierter Form kannst du etwa eine Papierhandschrift in Dresden aus dem 15. Jahrhundert erkunden, die zahlreiche Bilder aufweist. In einem Kodex aus dem 14. Jahrhundert in Karlsruhe gibt es schöne Initialen zu entdecken. Und in München präsentiert eine Handschrift aus dem 13. Jahrhundert vier besonders beeindruckende Bildseiten. Diese und viele weitere Parzival-Kodizes sind online als Digitalisate zugänglich, die du eigenständig erforschen kannst. Du kannst aber in den Handschriften nicht nur hübsche Initialen oder Bilder entdecken, sondern auch probieren, die handschriftliche Überlieferung zu lesen. Dafür sind Transkriptionen sehr hilfreich. Wie wir dir schon in einem anderen Video erklärt haben, handelt es sich bei Transkriptionen um genaue Abschriften. Eine Transkription einer Parzival-Handschrift aus St. Gallen ist online über das Parzival-Projekt der Universität Bern zugänglich. Diese Transkription kann dir beim Entschlüsseln der vielleicht ungewohnten Schrift helfen. Außerdem zeigt sie charakteristische Besonderheiten mittelalterlicher Schreibung sehr gut auf. In den ersten Versen des Prologs kannst du etwa schon erkennen, dass der Diphtong Wuo mithilfe eines kleinen übergeschriebenen Buchstabens dargestellt wird. Möchtest du den Inhalt des Parzival-Romans genauer kennenlernen, bietet sich eine wissenschaftliche Textausgabe an. Die bekannteste Parzival-Edition stammt von Karl Lachmann aus dem 19. Jahrhundert. Die ersten Verse in seiner Edition lauten Hier kannst du sehen, dass das ER, das in der Handschrift abgekürzt ist und in der Transkription darum in Klammern dargestellt wurde, nun aufgelöst ist. Auch der Diphtong wird in der Edition ohne Überschreibung gezeigt. Die langen Vokale sind mit Zirkumflex markiert. Der Apparat unterhalb des Textes zeigt dir außerdem, dass das Wort Zwiefel in einer Handschrift mit F statt mit V geschrieben wird. Im Apparat findest du aber nicht nur Schreibvarianten, sondern auch Varianten im Wortlaut. So beginnt der dritte Vers hier im edierten Text mit dem Wort Gesmähet. Aber in manchen Handschriften auch mit Ja ist Gesmahet. In Studienausgaben wird der von Lachmann edierte Text oft von einer neuhochdeutschen Übersetzung begleitet. Falls dir Wolframs komplexer Satzbau Schwierigkeiten bereitet, kannst du also einfach auf die rechte Seite schauen. Aber auch bei diesen modernen Übersetzungen gibt es nicht nur eine Option. Die Übersetzung von Peter Knecht etwa löst sich manchmal weiter vom Text, schafft es aber damit, Wolframs Wortwitze zeitgenössisch zu übertragen. Die Übersetzungen von Spivok und Kühn halten sich hingegen genauer an den mittelhochdeutschen Text. Je nach Textverständnis und Zielsetzung können die neuhochdeutschen Übertragung desselben Textes also stark variieren. Wichtig ist, dass es nicht die richtige Art für den Umgang mit mittelalterlichen Überlieferungszeugnissen gibt. Abhängig von deiner Fragestellung kann die Arbeit an der Handschrift und mit digitalen Faximiles genauso erkenntnisfördernd sein wie die Lektüre des Textes in Form einer Transkription oder einer wissenschaftlichen Edition. Entscheidend ist bei dem Umgang mit mittelalterlichen Texten dabei vor allem, nicht zu vergessen, dass die modernen Darstellungen der Texte den mittelalterlichen Versionen niemals eins zu eins entsprechen. Deshalb solltest du im Zweifelsfall immer mal einen Blick in die mittelalterlichen Überlieferungszeugnisse werfen. Das lohnt sich gerade für einen breit überlieferten Text wie Wolframs Parzival ganz besonders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017